Unser Körper ist der Tempel Gottes, in der Schrift wurden die Hauptgründe hervorgehoben, warum Christen keine sexuellen Sünden unterhalten sollten. Es ist angegeben, flieh vor sexueller Unmoral. Jede Sünde, die ein Mann und eine Frau tut, ist außerhalb des Körpers, aber wer sexuelle Unmoral begeht, sündigt gegen seinen eigenen Körper. Oder weißt du nicht, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in dir ist, den du von Gott hast, und du bist nicht dein eigener? Denn du wurdest zu einem Preis gekauft. Verherrliche deshalb Gott in deinem Körper und in deinem Geist, die Gottes sind. 1. Korinther 6, 18-20 Lektion Gott verlangte von seinen Kindern, ihn mit Reinheit von Körper, Geist und Seele zu ehren. Tatsächlich erklärte die Schrift, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, 1. Korinther 6,19. Daher wird klar, dass Gott Menschen, die sexuelle Sünde haben, nicht schätzen wird, aber er wird sie richten. Es ist daher wichtig, dass jedes Kind Gottes es für eine wichtige Angelegenheit hält, die Heiligkeit des Lebens auf Recht zu erhalten. Sexuelle Unmoral ist ein Gräuel für Gott, und jedes Kind Gottes muss sie als solche betrachten, und vor ihr davon laufen. Jehova wird Menschen ehren, die ihn mit ihrem Leib und ihrer Seele ehren, aber er wird den Sünder zur Hölle verurteilen, es sei denn, er bereut es, Gebet, lieber Gott, ich verstehe, dass sexuelle Sünde ein Gräuel für dich ist, deshalb möchte ich die Praxis in meinem Leben beenden. Es tut mir leid für diese sexuellen Sünden, die ich in der Vergangenheit begangen habe. Ich bin jetzt entschlossen, ein heiliges Leben vor ihnen zu führen. Ich werde keine sexuelle Sünde mehr unterhalten. Von nun an werde ich auf alles verzichten, was meinen Geist verderben kann. Ich werde alle meine unmoralischen Aktivitäten einstellen. Ich werde mir der Heiligkeit bewusst sein und mein Bestes geben, um sie zu praktizieren. Bitte fülle mich mit deinem heiligen Geist und ermächtige mich, jederzeit das Richtige zu tun. Lassen Sie mich am Ende meiner irdischen Rasse mit ihrer Ehrenmedaille im Himmel dafür ausgezeichnet werden, dass ich aufrecht bei Ihnen stehe. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen